Ich war acht Jahre alt, als meine Mutter starb. Sie liebte es, die Welt zu bereisen und die Vergangenheit auszugraben. Er kam uns regelmäßig besuchen. Dann eines Tages änderte sich alles. Sie hatte etwas gefunden. Etwas, das er haben wollte. Hüster! Hüster! Er hätte mich auch getötet. Aber ich konnte fliehen. Die Welt ändert sich. Rundstadt nähert sich! Es gibt nichts, was uns standhalten kann. Wir sind London. Hüster! Hüster! Beeil dich! Los, rein! Bevor sie starb, erzählte mir deine Mutter, dass sie Angst vor Valentine hat. Und falls sie etwas zustoßen sollte, sollte ich dich finden. Damit du ihn aufhalten kannst. Sie könnte zum Problem werden, wenn sie so wie ihre Mutter ist. Pass gut darauf auf. Was passiert, wenn du Hester Shaw wehtest? Dann tötete ich sie. Er ist hier. Im großen Spiel des Überlebens bedeutet das hier Schachmatt. Ich wusste, dass du mich mitnimmst. Halt die Klappe und lauf. Sicher, dass ihr das tun wollt? Ich muss es tun. Für meine Mutter. Man sieht sie an und alles, was man sieht, sind ihre Ecken und Kanten. Sie ist anders als andere. Sie ist wunderschön und seltsam. Und sehr, sehr selten.